Boah, das sieht gut aus. Ey, Kleine, wie ich sehe, trittst du... Was? Ich kann so schnell leben. Willkommen in der Feuerwache. Okay. Finanziell ging es uns schon mal besser, weshalb die Ausbildung eher praktischer Natur sein wird. Natürlich brennt die Feuerwache. Der Name kommt ja nicht von ungefähr. Im obersten Stockwerk sitzt noch jemand fest. Eine Klempnerin, die unsere Küche repariert hat. Hier also deine erste Mission, Kleine. Rette die Klempnerin. Ich werde dich dabei per Funk begleiten. Okay. Hacken! Oh Gott, mit Zeit? Was? Wow! Warte, was? Worm reden die? Niau, 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 niau. Ich kann es spritzen, wow, what the fuck? Was zur Hülle? Was? Okay, muss ich das Beis gleichzeitig drücken, oder was war die von mir? Was war die von mir? Ich bin verwirrt. Was? Was? Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Ich kann so nach unten schauen und nach oben. Ich bin voll überfordert. Oh, man. What a refill. Woah. Nein, ich habe keinen Druck mehr. Du hast unsere unglaublich realistische Trainingsimulation überstanden. Ja, Simulationen, die haben erstmal ihre eigenen Feuerstationen angezündet. Dein Vater wäre jedenfalls stolz auf dich. Du kannst dich jetzt etwas ausruhen. Die Jungs übernehmen die Sache von hier. Okay, ich war gerade komplett überfordert, weil ich bin auch nicht so wirklich mit Maus und Tastatur. Das sieht aber richtig geil aus, oder? Noch ein Feuermonster in den Griff. Was? Wassertechnik. Mehr Wasser für Löschkraft. Was? Was wollt ihr von mir? Weiter schießen, hör springen. Ich habe genau 1000. Ich brauche mehr Wasser. Upgrade! Zeit für eine Mission. Ähm. Ähm. Ja. Das wird ja Sound alert einfügen, wenn du trinkst. What a refill! Das klingt so nice. Was? Ein Gebäude brennt. Den berichten zufolge sitzt noch jemand drin fest. Bin komplett überfordert. Das Game gibt es schon eine ganze Weile. Ähm. Glaube ich. Das habe ich schon ewig. Wollt ihr auch mal spielen, weil ihr sagt ja mal, ich bin ein Feuerteufel. Seit wann schießen? Was? What? Erzählen wir doch nichts. First Aid! First Aid! First Aid! First Aid! Ich habe keinen Druck mehr, no! Wir werden es nicht schaffen. Wuuu! Oh je. Heilige Scheiße! Das TON ist doch auch nicht schlecht. casstdorf. Es ist deren Ja, 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 ja. Ich habe kein Walser mehr. 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 Nein, das ist doch mal ein Ruhe. Was ist denn die gleiche Mission? Komm, ist die Katze, guck mal! Wie komme ich jetzt eigentlich wieder da hoch? Keine Ahnung. Zielen, nach oben schauen, nach unten schauen, heilen. Ich kann mich heilen? Wie? Ich habe mich nicht mehr erzählt. Oh Gott, ey. Das wird wahrscheinlich das gleiche Haus sein, ne? Ich habe mich nicht mehr gehört. das verstehe ich halt nicht mit dem wir haben nicht genug druck solch noch machen schafft die halt nicht so richtig kacke das ist halt was so viel zeit kostet von hier aus kann ich nicht ich habe keine ahnung der druck reicht nicht ich hasse das ach come on schöne scheiße ja hier komme ich auch nicht weiter das ist gar nicht so einfach es muss ja perfekt sein holy shit das fehlt aber millimeter alles doch kacke genau das gilt nicht und ich muss genau da lang es ist doof du schaffst es warum schafft es nicht das gebäude ja schön machen wir keinen druck naja das klappt einfach nicht ich geh's nicht hin das ist ein millimeter vielen wir brauchen da druck ja ganze kniegel ja ich werde hier drin verrecken ist okay wow wir haben immer wieder Katze gerettet das ist ja total kacke Katze wir werden hier drin sterben die musik es geht nicht wie scheiße ist das ich kriege immer mehr fans richtig gute bilanz hier die frage ist es immer die gleiche aufgabe dann aber an sich ist das spiel echt cool gemacht ich finde auch die musik und wie es aussieht sehr geil ich bin ich muss aber auch sagen ich will mit tastaturen maus richtig schlecht gar nicht meins gar nicht gar nicht gar nicht Warum immer diese Scheißstelle? Ah, voll die Flammen rein! Wer bist du denn? Ich finde den Ausgang. Wooh! Alter! Ja, ich habe nicht mehr so viel! Was ist der Ausgang? Das ist nicht der Ausgang! Nooo! Oh mein Gott ey! Willst du mich verarschen? Das ist einfach... Oh boy! Alter, ich habe keinen Druck mehr! Das ist nicht gut! Oh wow! Dankeschön! Ey, das ist richtig schwer! Oh, ich hasse Zeitaufgaben! Die machen mir so viel Druck! Verluste! Wir sind wahrscheinlich gestorben! Neue Medaille freigeschaltet! Ah, okay! Heilige! Was? Meine Damen und Herren! Wir durchleben finstere Zeiten! Wie einige von euch wissen, haben auch ich schwere Zeiten durchgemacht! Ich bin ein altgedienter Feuerwehrmann! Vor zehn Jahren mussten wir es mit einem wahren Feuersturm aufnehmen, der auch mein Partner das Leben kostete! Und nun ist seine Tochter alt genug und bereit, in seine Fußstaffeln zu treten! Ah, okay! Wenn diese tapferen Feuerwehrleute antreten, dann haben sie mit Sicherheit auch die Unterstützung der Verwaltung! Herr Bürgermeister! Was ist mit den Budgetkürzungen bei der Feuerwehr? Der Hauseigentümerverband hat sich über korruptes Brandschutzbeauftragte beschwert! Was sagen Sie dazu? Herrschaften! Dieses Firegirl ist eine Heldin! Ja, ich habe alles gerettet! An solch einem Moment über Geld reden zu wollen, lässt jeglichen Anstand vermissen! Es ist geradezu respektlos! Im Namen der Stadt möchte ich dir diese Auszeichnung verleihen! Ja, ich bleibe bei mir sicherlich! Spitz... Ja, klasse! Die glänzt! Jetzt fühle ich mich erst recht schlecht! Der Weg zum Ruhm! Ok! Ähm... Cool! Ich wollte... hä!? Warum ist da so ein riesen Loch auf dem Boden? Ja! Da kommt das auf dem Boden! ich jetzt wieder hoch okay er weiß noch nicht auf was er sich einlässt ist chaos und tod es geht ja jetzt schon direkt los warum und ist das druck geben wir so auf die eier das klingt falsch aber ihr wisst was ich meine man er lasst doch mal aus mädel los du schaffst es noch nicht hast du sie ja ja das gebäude verlassen ich habe doch noch gar nicht geschafft was sehr herrlich musste scheiß flammen jetzt hier sein kapisse ich warum war nachher zu das war ja ich habe alles geschafft nice super eingesperrt ich habe 5000 dollar wie komme ich denn jetzt da nach oben was grummelt ganz schön draußen nein als hat er wieder man ich will doch einfach nur nach oben einfach wer baut denn diese missionsaufgabe da kapisse was ist denn das jubel ja wie heile ich mich es macht einen wir treffen nicht mal im hofer geplant nicht wirklich das war auch nicht geplant das eine scheiße Das Spiel will mich aber auch hier foppen. Mach doch mal! Warum macht sie nichts?! What the fuck? Ich drücke die, die macht's grad nicht! Hä? Ich drück nix! Spiel, was ist mit dir?! Okay, es bringt nichts mehr. Alter! Ich war nicht raus! Ja, sie schafft es halt nicht! Ich hasse sie! Alter, das ganze so klicken! Ja, Feuer! Sehr gestresst! Aber hey, immerhin werden meine Fans hören! Was ist das denn hier? Alter, das ist voll gruselig! 30.000. Okay. Wie komm ich jetzt dann nach oben? Ja! Endlich! 50.000! 50.000! Warum krieg ich das nicht von der Feuerwehr gestellt?! Ich soll doch die Feuer löschen! What the fuck?! Ja! Ja! Scheißen! Ja! Cool! Okay! Okay! Da geht's! Wie? Ja! Wie? 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 gucken wir können es ein bisschen höher und weiter aber anscheinend ist es nicht schlimm dass man hier versagt man kriegt trotzdem geld das ist schon fair gemacht dass man nicht ganz so viel strecke fällt sag mal kannst du mal hinziehen aber die kann ich ja mit ihrem schlauch umgehen ist unfassbar ich hasse einfach alles ist jetzt unkontrollierbar mit ihrem mit ihrem schlauch der druck ist jetzt stärker da muss erst mal mit umgehen mit dem druck ich trinke aus muss man trinken ach guck mal wer bist du stell dich an was passiert jetzt gibt ein neuzugang den du der die aufwertung löschfahrzeug wieso muss ich das aufwerten hallo quini Okay. Aye, aye, aye. Hm. Ja, du Scheiße. Was machst du? Oh mein Gott. Alter, voll die Flammen rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, willst du mich verarschen? Oh, nein. What the fuck? Wow, ja, ja, reicht mir. Einer hat mich gerettet. Verluste 0. Wow. Seine erste erfolgreiche Mission. Warum? Warum? Haben Sie einen Termin, Fräulein? Wer ist das jetzt? Nakamura. Agent Chloe Nakamura. Und bei den Fakten. haben sie kreaturen wie jene gesehen die in den berichten erwähnt werden google oder monster die dem feuer entsteigen wir sprechen doch nicht etwa über den alten mann des feuers beim thema aber glauben kann ich ihnen nicht behilflich sein wenn sie hingegen auf brandstiftung ermitteln wollen hätte ich vielleicht ein paar hinweise für sie sie denken jemand legt diese feuer absichtlich haben sie beweise für diese theorie man braucht keine beweise wenn man so erfahren ist wie ich wer auch immer dieses feuer legt diese person weiß was sie tut oder kennt unsere reaktionszeit und schwachstellen was ist mit diesen feier gehör was wissen sie über sie lassen sie mir das mädchen ja in ruhe sie hat viel durchgemacht und ist ein symbol des mus und der hoffnung für unsere stadt weil das problem in der feuerwehr geben sollte dann liegt es sicher nicht an ihr ich sehe liegen ihre leute am herzen aber ich glaube jede spur ich gehe der spur nach worauf es ist auch feuer und dieses mädchen ist immer nah am feuer darauf feuerwehrfrau mädchen what the fuck klar sie nah am feuer sie löchters verarschen verhandlungsmeister ok oh weil wir nicht so nützt er pc es fühlt sich alles zusammen Alter, so schnell kann ich gar nicht reagieren. Alter, so schnell. Ah. Extra time. Extra time. Wow, 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 ganz ruhig. M, 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 M. M, 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 M. Wow. Wow. Wo ist jetzt jemand? Oh Mann, ich hasse sie manchmal. Ich springe und sie macht irgendwie. Irgendwas anderes. Oh Mann. Das Spiel ist aber echt stressig. Alle tot. Also stressig wegen dem Zeitdruck. Ich kann mit Zeitdruck ins Spiel nicht umgehen. Boah. Scheiße. Aber das Spiel ist echt cool gemacht. Das ist wirklich sehr cool gemacht. 20.000. Kannst du nicht mal irgendwas leisten. Zeitdruck ist immer dein Liebling. Ja, ne. Meins nicht. Arbeite nicht zu Tode. Ja. Oh Scheiße. Ich will auch so'n Feuerwehrschlauch haben. Voll geil. Ah, mit der Spielung auf dem Boden voll nice. Das ist schon sehr nice gemacht. Bisschen schlauer. Ja. Aber man merkt, wir haben jetzt mehr Power. Leider sehr arm. Ich hab ne 1398 Dollar. Aber woanders darf ich nicht hin, oder? Schade. Gib mir die Axt. Was? Ich hab den Typ voll creepy, der verfolgt mich die ganze Zeit. So. Wollen wir jetzt noch was anderes testen? Okay. Und du.